Ja, ihr Lieben, hier bin ich wieder, Peter Heinrich von EasyDAV.de. Ja, die ganze Welt spricht von ChatGPT momentan. Jedenfalls in der Schule ein heißes Thema. Es werden Sonderkonferenzen einberufen und so weiter. Ja, und die Frage ist, kannst du mit ChatGPT Deutsch lernen und kann mich ChatGPT meinen Job kosten am Ende? Das verrate ich dir in diesem Video. Vorab lass mich dir noch einen kleinen Hinweis geben, falls du dich noch nicht für unseren kostenlosen Gedächtnis-Crash-Kurs für deutsche Grammatik eingetragen hast. Solltest du das unbedingt jetzt nachholen. Es ist wirklich dauerhaft kostenlos für dich. Hier wird alles eingeblendet. Und los geht's mit unserem Thema. Ja, ChatGPT. Ich habe mal ein paar Möglichkeiten ausprobiert. Hier habe ich einen Text. Das ist ein Textausschnitt, den eine Schülerin verfasst hat. Und der ist grammatikalisch nicht ganz korrekt. Wir gehen den mal durch. Diese Gedanken versucht er durch Ablenkung wie Beschäftigungen. Hier fehlt also ein Verb. Lass uns das ruhig mal rot markieren alles. Hier fehlt also ein Verb. Deshalb kritisiert er Wojcik für sein hastiges Arbeiten. Das schreibt man hier groß. Das ist ein nominalisiertes Verb hier. Denn dadurch hat er zehn Minuten über und philosophiert über die Ewigkeit. Ja, das kann man zur Not so lassen. Er hat zehn Minuten über. Ist ein bisschen umgangssprachlich. Dadurch hat er zehn Minuten Zeit übrig, würde man vielleicht besser sagen, und philosophiert über die Ewigkeit. Zudem ist er ein wohlhabender Mann, welches sich durch seinen Arbeitsposten sowie Bildungsstand deuten lässt. Hier ist wirklich vieles verunglückt. Zudem ist er ein wohlhabender Mann. Das kann man lassen. Dieses welches als Relativpronomen ist an der Stelle nicht korrekt. Hier würde ich sagen, was. Denn es bezieht sich auf die komplette Aussage davor. Der ganze Umstand lässt sich durch seinen, müsste es hier heißen, der Arbeitsposten im Akkusativ. So, durch seinen Arbeitsposten sowie seinen Bildungsstand, würde man da eigentlich auch nochmal ergänzen, deuten lässt. Und es lässt sich durch etwas deuten, würde man auch nicht sagen. Man würde es vielleicht aus, man deutet etwas aus etwas, was sich aus sei, und dann würde es wiederum heißen, sei nem, nämlich nach aus folgt ja der Dativ. Aber das lasse ich jetzt mal. Hier halte ich nur fest, es ist nicht die korrekte Präposition verwendet. So, das ist das, was ich hier korrigieren würde. Und jetzt habe ich das eingegeben in ChatGPT, in das Chatfenster mit der Anweisung zuvor, bitte korrigiere diesen Text. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was ChatGPT daraus gemacht hat. Ich werde meine Eingabe hier jetzt wieder wegmachen und wir vergleichen einfach nur den großen Text, den ihr eben gesehen habt. So, und wir schauen uns jetzt mal an, was ChatGPT daraus gemacht hat. Das ist also der Originaltext und hier kommt nun die Korrektur von ChatGPT. Korrekturvorschlag. Diese Gedanken versucht er durch Ablenkungen wie Beschäftigungen zu verdrängen. Ja, diese zwei Kommas kann man zur Not lassen, braucht man aber nicht. Das wäre dann so ein Einschub. Aber uns fällt jetzt schon auf, ChatGPT hat es neu formuliert. Hat hier aus Ablenkung einen Plural gemacht. Ablenkungen und das wie Beschäftigungen hat das Programm so gelassen. Und ja, das kann man ja einerseits so machen, weil Beschäftigung der Plural ist. Dann kann man von Ablenkungen sprechen. Man kann aber auch den Originaltext so lassen. Es ist, er versucht es durch Ablenkung ganz allgemein. Und jetzt kann man auch verschiedene Tätigkeiten, die als Ablenkung dienen, aufzählen. Das wäre also gar nicht falsch. Das hier ist aber auch nicht falsch, zu verdrängen. Und jetzt ist hier also ein Verb eingefügt. Und ihr merkt, dass einfach die Grammatik jetzt korrigiert wurde, indem hier ein Verb eingefügt wurde. Das ist gut so. Gehen wir mal weiter. Das sehe ich jetzt problematisch. Wenn du Deutsch lernst und wenn wir Lehrer dich korrigieren, würden wir erstmal sagen, was hast du in deiner Sprache? Du willst ja am Ende, dass es immer noch deine Formulierungen sind. Dass es dein Text ist. Was hast du in deinem Text zunächst mal nicht korrekt gemacht? Und hier hast du einfach ein nominalisiertes Verb verwendet. Und das schreibt man groß. Das würde ich dir zuerst mal sagen. Dann kann man sagen, okay, man kann auch die Grammatik etwas verändern. Man kann direkt das Nomen Arbeit verwenden. Durch seine hastige Arbeit. Dann haben wir natürlich hier ändert sich auch das Adjektiv. Denn hier oben haben wir das Arbeiten. Ein nominalisiertes Verb in dem Fall hat den Artikel das. Und dann muss das Adjektiv die Endung es haben. Wir sind hier im Akkusativ. Für sein hastiges Arbeiten. Das Arbeiten im Akkusativ. Deswegen hier eine starke Adjektivendung. Das es. Und das geht jetzt hier verloren. Du hast zwar hier einen schöner formulierten Text. Ist auch grammatikalisch korrekt so. Aber du verstehst nicht, was du in deinem Text falsch gemacht hast. Jetzt taucht hier einfach eine neue Adjektivendung auf. Und du weißt gar nicht, warum jetzt hier ein E steht und nicht mehr ES. Das liegt daran, weil das Nomen die Arbeit jetzt feminin ist. Außerdem haben wir jetzt hier im Possessivpronomen bereits die starke Adjektivendung für die Arbeit. Und dann verwenden wir hier, das ist jetzt eine schwache Adjektivendung, hastige Arbeit. Also hier ändert sich die Adjektivendung und wir wissen nicht, wenn wir Deutsch lernen, würden wir nicht, wahrscheinlich nicht verstehen, warum sie sich ändert. Lesen wir mal weiter nach dem Komma. Oben geht es weiter mit, denn dadurch hat er zehn Minuten über. Hier unten steht es, da er dadurch Zeit hat, über die Ewigkeit nachzudenken. Ja, da hat das Programm jetzt einen neuen Satz formuliert, muss man sagen. Statt denn wird hier da verwendet. Das kann man so lassen. Jedoch geht es eben insgesamt hier anders weiter. Da er dadurch mehr Zeit hat, ist einfach ein Nebensatz. Und hier oben, denn dadurch hat er mehr Zeit, ist auch eine andere Grammatik. Denn ist nämlich keine Nebensatzkonjunktion, sondern eine Position Nullkonjunktion. Und deswegen beginnt hier ein neuer Hauptsatz. Wir sind hier bei Position 1. Auf Position 2 steht das Verb des Hauptsatzes. Hier ist das Subjekt. Und hier haben wir eine Nebensatzkonjunktion. Da leitet ein Nebensatz ein. Hier steht unser Subjekt. Und das Verb steht jetzt hier am Ende des Nebensatzes. Es ist also eine ganz andere Grammatik. Und das kann dich natürlich verwirren, wenn du Deutsch lernst. Über die Ewigkeit nachzudenken. Hier wurden auch diese 10 Minuten rausgelassen. Und die sind natürlich, wenn du ein Detail, etwas Wichtiges über diesen Text, das ist eine Textinterpretation hier, wenn du ein wichtiges Detail über Wojzeck mitteilen möchtest, kann es schon wichtig sein, über diese 10 Minuten zu sprechen, weil 10 Minuten natürlich nicht lang sind. Trotzdem fühlt sich der, wird hier vom Hauptmann gesprochen, also es geht hier um den Hauptmann in dem Drama Wojzeck, der rasiert wird vom Wojzeck. Und Wojzeck ist nur 10 Minuten früher fertig. Und das überfordert den Hauptmann, weil er jetzt sich langweilen muss, 10 Minuten lang. So, also es ist schon ein wichtiges Detail. Das wird hier weggelassen, wird einfach allgemein durch Zeit ersetzt. Das ist ein Detail, da merkt man schon, dass das Programm eben nicht wirklich interpretiert und den Sinn einer Aussage nicht so erfassen würde, wie eben ein Mensch. Darüber hinaus ist er ein wohlhabender Mann, was sich an seinem Arbeitsplatz und Bildungsstand ablesen lässt. Das ist ein grammatikalisch einwandfreier Satz, was steht im Original. Zudem ist er ein wohlhabender Mann, welches sich... Siehst du, hier haben wir nämlich genau diesen relativischen Anschluss mit was, das ist hier korrekt. Da oben, das ist nicht korrekt. Das hat das Programm also korrigiert, genauso wie wir es hier auch gemacht haben. Was sich durch sein Arbeitsposten... Es ist der Arbeitsposten. Das Wort hat die Schülerin neu erfunden. Ja, das kann man schon so lassen. Aber hier fehlt eben, wie gesagt, das EN. Und wenn ich das jetzt ändere in Arbeitsplatz und vor allem eine ganz andere Grammatik hier verwende, was sich an seinem Arbeitsplatz und Bildungsstand ablesen lässt. Etwas ablesen an etwas. Und das benutzt dann in dem Fall den Dativ. Also nach der Präposition an folgt hier der Dativ. Das heißt, das Possessivpronomen hat hier auch die Dativendung, EM. Und hier oben im Original haben wir eine ganz andere Grammatik. Da haben wir den Arbeitsposten und die Präposition durch. Danach folgt der Akkusativ. Dann bräuchten wir hier ein EN. So würde ich das erstmal korrigieren, wenn jemand mir einen Text vorlegt. Was hast du in deinem Text erstmal grammatikalisch falsch gemacht? Was müsste man da erstmal verbessern? Und in einem zweiten Schritt könnte man dann auch sagen, wie sich das vielleicht etwas geschickter formulieren lässt. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass JetGPT das alles geschickter formuliert hat. Denn immerhin sind auch diese 10 Minuten hier rausgeflogen. Dieses Detail, das für das Textverständnis schon ein wichtiges Detail ist. So, also Fazit zu dieser ersten Aufgabe. JetGPT kann deine Texte korrigieren und unter Umständen in einwandfreie Grammatik. Umformen und wenn du selbst Texte schreiben und irgendwie abgeben musst oder wegschicken musst, ist das eine gute Hilfe. Aber es hilft dir wahrscheinlich wenig beim Deutsch lernen. Du willst ja einen Lerneffekt haben. Was habe ich falsch gemacht? Was kann man vielleicht besser formulieren? Und hier sehe ich momentan keinen Gewinn. Gehen wir weiter zur nächsten Aufgabe. Ich habe mich mal, weil es jetzt hier sehr viel um die Adjektivdeklination ging, habe ich mal, ich habe euch hier vieles erzählt von starken und schwachen Adjektivendungen. Dann habe ich mal eine andere Aufgabe gestellt. Nämlich hier, was ist der Unterschied zwischen starken und schwachen Adjektivendungen? Würden ja Schüler vielleicht mich fragen als ihr Lehrer. Ich würde auch eine hoffentlich verständliche Antwort geben. Was sagt uns ChatGPT? Starken und schwachen Adjektivendungen sind zwei verschiedene Arten der Adjektivdeklination in der deutschen Sprache. Was fällt euch hier schon auf? Ich habe hier gefragt, was ist der Unterschied zwischen wem? Wem, zwischen wem, das heißt zwischen, auf zwischen folgt der Dativ. Und deswegen habe ich hier bereits starke Adjektivendungen benutzt, nämlich im Dativplural. Wir sind hier bei Adjektivendungen, starken und schwachen. Im Nominativ heißt es starke und schwache Adjektivendungen. Nach der Präposition zwischen muss es im Dativ stehen und deswegen habe ich hier starke Adjektivendungen angefügt. Und es müsste aber im Nominativ heißen, starke und schwache Adjektivendungen. Das Programm hat einfach das hier übernommen und das ist falsch. Nämlich hier stehen sie im Nominativ. Das Ganze hier ist das Subjekt des Satzes. Dann müsste hier stehen, starke und schwache Adjektivendungen sind. Schon mal der erste Fehler des Programms. Sind zwei verschiedene Arten der Adjektivdeklination in der deutschen Sprache. Ja, okay, kann man so stehen lassen. Das wusste ich aber vorher auch schon. Deswegen habe ich ja gefragt, was der Unterschied ist. Jetzt geht es weiter. Schwache Adjektivendungen, Doppelpunkt. Adjektive, die schwache Endungen haben, folgen dem Geschlecht und dem Kasus. Des Nomens. Wir sind ja hier im Genitiv. Da fehlt schon mal ein Genitiv S. Sie werden durch häufig wechselnde Endungen E, EN und N gekennzeichnet. Das stimmt schon mal nicht wirklich. Wir gucken uns mal ganz kurz die schwachen Endungen an. Die habe ich hier. Das ist so eine kleine Mnemotechnik von mir. Das werdet ihr jetzt nicht alles verstehen. Schwache Adjektivendungen. Ich habe hier in dem Wort schon dieses E, EN hervorgehoben. Warum? Weil schwache Adjektivendungen. Überall hier, wo es weiß ist, müsst ihr euch ein EN vorstellen in der Adjektivendung. Also im Akkusativ, Maskulin, würde hier EN stehen. Im Dativ, Maskulin auch. Also überall, wo weiße Fläche ist, steht ein EN. Nur in der Form, die man hier mit einem Topf assoziieren kann, damit man sich das Muster besser einprägen kann. Man kann dann fragen, was ist im Topf? In diesen Fällen haben wir die schwache Endungen E. Die schwache Endung E. Und die Endung N alleine gibt es eigentlich gar nicht als schwache Adjektivendung. Also ist das schon mal nicht so ganz korrekt. Beispiele. Der kleine Hund. Okay. Männlich, Nominativ. Es steht ja hier oben, dass die Endungen dem Geschlecht und dem Kasus des Nomens folgen. Ja, okay. Der kleine Hund. Der kleinen Hund. Das ist schon mal falsch. Das gibt es überhaupt nicht. Männlich, Dativ soll das hier sein. Im Dativ müsste es dann heißen, dem kleinen Hund. Dann wäre das auch tatsächlich eine schwache Endung. Aber warum das jetzt eine schwache Endung ist, verstehst du immer noch nicht. Also das hier ist unbrauchbar, was hier steht. Also hier ist eine falsche Endung angegeben. Und das hier ist komplett falsch. Gehen wir mal weiter. Starke Adjektive, die eine starke Endung haben, ändern ihre Form unabhängig vom Geschlecht und Kasus des Nomens. Adjektive, die eine starke Endung haben, ändern ihre Form unabhängig vom Geschlecht und Kasus des Nomens. Den Satz kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Der Satz ist grammatikalisch korrekt. Aber ich denke, dass er falsch ist. Sie werden durch vier feste Endungen E, E, R, E, S, E, N gekennzeichnet. Und möglicherweise, wir gucken uns mal ganz kurz die starken Endungen an. Bei mir sieht das dann so aus. Ich habe hier mal ein schönes, nemonisches Plakat gemacht, eine Übersicht. Also schon mal mit diesem E, S, stimmt das nicht immer. Hier haben wir die starke Endung, ist manchmal einfach nur ein S. Weiß nicht, ob es immer E, S ist. Ja, das E wäre dann so ein Fugen E. Okay, S, R, E, M, S. Was steht hier? Ja, S, E, S, R, E, E, N. Ah, siehst du, das M fehlt nämlich. Dieses hier fehlt komplett in dieser Darstellung. So, also hier fehlt noch, können wir ergänzen, das EM. Und hier oben ist das ja falsch. Jetzt kommen hier Beispiele. Beispiele der große Hund. Männlich, Nominativ, okay. Der Punkt ist allerdings, dass das hier eine schwache Adjektivendung ist. Denn wir haben hier im Begleiter bereits eindeutig den Kasus angezeigt. Und dann folgt dann im Adjektiv die schwache Endung. Des großen Hundes, das ist wieder eine schwache Endung. Also die Beispiele hier sind schlicht falsch. Es geht ja hier um starke Adjektivendungen und das hier sind schwache Adjektivendungen. So, es gibt keine festen Regeln für die Verwendung von starken und schwachen Adjektivendungen. Das ist falsch. Aber es gibt einige Tendenzen und Übereinstimmungen, die man beachten sollte. Ei, 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 was soll man dazu sagen? Also, dieser Text ist völlig unbrauchbar. Gehe ich mal zur nächsten Aufgabe. Hier habe ich gefragt, was sind schwache Adjektivendungen? Schwache Adjektivendungen sind Endungen, die Adjektive in bestimmten grammatischen Kontexten, zum Beispiel bei bestimmten Artikeln oder Pronomen, bekommen, um ihre Genus, Kasus und oder Numerus anzugeben. Tja, das hilft dir im Grunde auch überhaupt nicht weiter. Das kann man so pauschal nämlich auch nicht sagen. Zum Beispiel bei dem Personalpronomen sein. Ich kann ja mal ein Beispiel aufschreiben. Das ist sein süßer Hund. Und hier haben wir nun eine starke Adjektivendung. Und hier haben wir ein Pronomen. Hier wird ja behauptet, dass schwache Adjektivendungen im Kontext mit Pronomen verwendet werden. Ja, das können sie. Sie können mit Pronomen verwendet werden, aber eben nicht immer. Hier haben wir ein Personalpronomen ohne weitere Kasusendungen. Deswegen muss hier die Kasusendung im Adjektiv stehen. Und das ist dann eine starke Adjektivendung. Wir können das auch, wenn wir das Personalpronomen hier in einen anderen Kasus setzen, zum Beispiel in den Dativ. Er ruft seinem süßen Hund etwas zu. Ja, das ist jetzt ein blödes Beispiel, nur um diesen Dativ hier zu rechtfertigen. Aber hier haben wir jetzt im Personalpronomen, im Possessivpronomen, entschuldigt, ich weiß nicht, ob ich es hier auch Possessivpronomen eben genannt habe. Es ist auf jeden Fall ein Possessivpronomen und kein Personalpronomen. Also in diesem Possessivpronomen haben wir hier eine eindeutige Dativendung und deswegen haben wir hier eine schwache Adjektivendung. Ich kann das euch auch nochmal ein bisschen deutlicher machen. Das soll ein En sein. Also egal, ob ihr das jetzt verstanden habt oder nicht, ihr müsst mir glauben, dass das schlicht falsch ist. Und wenn ihr mehr über die Adjektivendung lernen wollt, wenn ihr ausführlich lernen wollt, wie das funktioniert und noch ein paar gute Lernhilfen, dann zeige ich euch mal eben, wie das oder einen kurzen Überblick, wie das in unserem Campus aussieht. Das ist jetzt zu ausführlich, als dass ich es hier mal eben schnell erklären könnte. Das ist ja ein Video zum Thema JetGPT gewesen. Ja, wir sind hier in unserem Campus und hier haben wir mein Buch, mein Online-Buch Deutsch mit Nimmotechniken. Wenn ich hier draufklicke, sehen wir hier das Inhaltsverzeichnis. Du kannst hier lernen, wie du besser Artikel lernen kannst, wie das mit Verben und Kasus funktioniert. Das kann man natürlich alles nochmal aufklappen. Du siehst, wie viel Inhalt da drin ist. Aber darum geht es ja jetzt gerade nicht. Hier unten sind die Adjektive und hier siehst du, wie viel Inhalte in der Sektion Adjektivdeklination enthalten ist. Du brauchst nur eine einzige Tabelle, sage ich hier. Ja, lass dich überraschen. Ich habe dir ja schon ein bisschen einen Überblick oder ich habe dich ein bisschen reinschauen lassen. Und hier erkläre ich jetzt natürlich im Grunde, wie das alles funktioniert, Schritt für Schritt. Lass dich mal kurz reinschauen. So ist das aufgebaut. Ich kann die Seitenleiste auch hier ausblenden. Und ich erkläre dir hier wirklich alles Schritt für Schritt, sodass du es dir gut merken kannst. Und vor allem gibt es zwischendurch mal Online-Übungen. Ja, und da kannst du jetzt hier schon mal das, was du eben gelernt hast, hier eintragen. Ergänze schwache Adjektivendungen. Klaus ist der erfolgreiche Lehrer dieser fleißigen Schüler. Das sind jetzt die schwachen Adjektive in diesem Satz. Und hier kannst du dann auf Weiter drücken. Kannst ja auch wieder zurückgehen und was korrigieren. Und so weiter. Wir gehen aber wieder zurück, da wo wir hergekommen sind. Und würden dann am Ende, diese Lektion ist ja abgeschlossen. Und dann gehen wir hier ins Kapitel 8, 2. Und so weiter. Ich gehe jetzt nicht durch die gesamte Lektion. Das wäre viel zu ausführlich. Aber du siehst einfach, wie viel ausführlicher dir professionelle Materialien einfach dabei weiterhelfen können. Ja, und ihr habt gesehen, wie unterschiedlich das doch aussieht, wenn im Hintergrund echte Menschen, die ausgebildet sind, arbeiten. Und um die Eingangsfrage zu beantworten, nein, ich habe keine Angst, durch ChatGPT meinen Job zu verlieren. ChatGPT kann eine nützliche Hilfe sein. Dann, wenn man sich bereits auskennt in einem Thema, die Informationen, die man von dem Programm bekommt, müssen auf jeden Fall von einer kompetenten Person überprüft werden. Und außerdem wird ohnehin schon in anderen Medien häufig kritisiert, dass ChatGPT grundsätzlich keine Quellen angibt, woher es diese Informationen hat. Gut, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Vertraut nicht einem dummen Computerprogramm, das unterm Strich rein auf statistischer Grundlage irgendwie funktioniert. Es kann selbst nicht denken und keinen Sinn erfassen. Ich möchte euch nochmal auf unseren kostenlosen Gedächtnis Crashkurs hinweisen. Hier wird er nochmal eingeblendet. Und natürlich lohnt sich auch immer ein Besuch auf meiner Website easyduff.de. Und vergesst bitte nicht, mir einen Like dazulassen. Das hilft dem YouTube-Algorithmus, dass meine Videos häufiger angezeigt werden. Und natürlich freue ich mich auch über neue Abos. Bis zum nächsten Video. Das war Peter von easyduff.de. Ciao.